So, jetzt ist das Lager, ich muss jetzt aber gleich die richtige Tür fünften. So. 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 Nein, sie haben Paar getötet. Sie haben all unsere Vorräte genommen. Flieh, Sandra. Munition. Immer gut. Yes, zwei Sniperkugeln. Ohne Sertum gemacht. Okay, da ist was zu essen. Das sieht jetzt irgendwie nicht so vertrauensäugend aus. Das ist ein Lass. Geh mir! Geh mir! Geh mir! Geh mir! Over here fight like a man! Na komm her forn, eh? Ah, shit. Nein! Nicht gut. Shit, das ist nicht gut. Ah, shit. Das war jetzt gerade nicht so gut, muss ich sagen. Hätte durchaus besser laufen können. Äh, Moment. Ich muss noch mal ganz kurz was nachgucken. Ähm... Ausweichen des R1. Das wird einmal zu viel gedrückt. So, Freunde, also auf ein neues. Ja? 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 Erstmal was trinken hier. Also die Kamerasteuerung ist manchmal sehr, sehr ungünstig, macht das Spiel jetzt aber nicht schlechter deswegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wunderbar! Okay, Jump ist auch noch anwesend. So, jetzt lasst uns mal ganz kurz auf die Karte gucken. Stand Griffin nicht erst noch da unten und jetzt auf einmal ist er hier oben? Okay. So, hier haben wir ein Transfer-Tanklager. Ich denke mal, wir kümmern uns jetzt zum Gut-Gash. Ich wollte ja ein bisschen was machen in Jeeds Hoheitsgebiet und da das Ganze ein bisschen verringern. Damit ich auch wieder ein bisschen reinkomme in das Spiel. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum. Okay, ähm, Griff ist jetzt wieder hier, ne, ich denke mal, er wird uns wirklich folgen, mehr oder weniger. Schauen wir mal, ob wir das nicht legen. Okay. So, Sein, wo sind wir? So, Sein, wo sind wir? So, Sein, wo sind wir? So, Sein. So, Sein. Wo können wir finden Sulfur? Oh! The Yelly Smelly? Sam knows! Yeah, Chapter 5! I'll show you!